Hallo und herzlich willkommen heute zu dem Thema Was ist der maximale Durchmesser, den ich auf einer NOVA24 mit einer Abrollverrichtung bearbeiten kann? Als erstes schauen wir uns eine typische Sektflasche an. Als erstes benötigst du einen extra kurzen Laserkopf. Durch diesen extra kurzen Laserkopf hast du dann genug Platz für eine Flasche mit einem Durchmesser von ca. 80 mm. Und wenn du die Schublade herausnimmst und deren Seitenführungen abschraubst, dann hast du sogar Platz für Gegenstände mit bis zu ca. 110 mm Durchmesser.